Hallo liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten und egal wie auch mal dieses Video sehen wird, das letzte mal haben wir in Dragon Ball Revenge of King Piccolo, die Rache des Orteufels Piccolo, den Heiligen Drachen gerufen, nachdem wir den letzten Dragon Ball von Pilat aufgeknüpft haben. Danach begann für Samoku und Elsa eine Freundin die Vorbereitung für das 22. große Tenkaichi Budokai. Und das ist nun die Stage 80 Stufe 8, ein Turnier im Chaos. Fangen wir an. Da sind wir an. Jacky Chung. Jeder ist der erste Kunde auf der Kunde in der Kunde. Der Kunde hat der Kunde in der ersten Kunde in der Kunde von Tenzin-Han gebetet. Der Kunde ist der Kunde von Kame-Senninen der Kunde, Kunde von Kunde und von Kunde von Tzlu-Senninen. Der Kunde ist der Kunde. Ein Turnier im Chaos. Wir haben am 21. Tenkechi Budokai, das erste Schnee, wo es von Goku antrat, hat er gegen Jackie Chan im Finale verloren, also gegen Muten Roshi, und am 22. Kleiner Spoiler, wer weiß, Intentionern ist weiter. Das ist ein Zeug. Wir haben die Was? 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 Aber ich kann starten von uns auf der�hrlichen Zeitung durch die Arbeit man bedenken! Oh Gott, es ist kein schlechtes Wetter! Ich habe noch nicht gewonnen, das ist etwas Gutes! Das war's für heute. Ich werde mich nicht zurückhalten, sei lieber bereit. Ja, du auch, Son Goku. Im Weltkampf lehrt sich die Abwehranzeige beim Abwehren von Angriffen. Setze die Abwehr wenig ein, um die Abwehranzeige nicht zu verbrauchen. Weltturnierkämpfe gehen bis zum Sieg ohne Zeitgrenze. Du kannst nicht fliehen. Geh und kämpfe. Drücke im Weltkampf Y-Nah beim Gegner für einen einzigartigen Angriff. Kampf. Kampf. Wow. Wow. Green steckt auch nicht zu. Seine Abwehranzeige ist schon total weg. Und ich kann mich dafür noch so oft verteidigen, wie ich quasi möchte. Also im Vergleich zu Krillin. Autschi. Wow. So lange wird dieser Kampf jetzt nicht mehr dauern. Ja, das ist der Art von Kampf, den ich doch mag. Wow, Glück gehabt. Aber übelstes Glück gehabt. Gewonnen. Großen wir Ihnen. Agщё. Er stand! Kanada! Gre拐? Nein, garland hat. Das war's für heute. Gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, das ist die zweite Abteilung von Stage 8, der Finalkampf. Bis jetzt sind wir noch kein einziges Mal Pico beim Wickel laufen, aber es erzählt die Geschichte von Dragon Ball schön chronologisch von der Wild Rhythm Armee an und auch sehr schön umgesetzt. Es gibt nicht viele gute Dragon Ball Spiele, also Dragon Ball in Bezug auf Dragon Ball Son Goku Kind. Werbung in der Welt war einesої Erachters, 182, und noch mehr als Vierge. Und die beste Anwärmung zwischen den Rhythmus und Söngoku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku. Das war's für heute. Ich freue mich darauf, komm schon. Henshinhan ist wahrscheinlich ein harter Gegner. Ich habe mir überlegt, dass Henshinhan mal der stärkste Rivale von Son Goku war zu dieser Zeit. Falsche Richtung, Son Goku. Dreh dich bitte richtig rum. Weil diese Wettkämpfe, Weltkämpfe mir wahrscheinlich schon wieder besser liegen als diese ewigen Storykämpfe. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wettbewerblich, von Son Seif! Was passiert jetzt bei mir? Wettbewerblich! Echt? Was passiert jetzt? Ich bin schnell! Ich möchte mich nicht so gewinnen! Aber... Ich werde das nicht! Hey, hey! Ich muss mich nicht helfen. Ich werde mich unbedingt gewinnen. Ich möchte mich nur in diesem Spiel, um zu kämpfen. Herr... Tenshinhan Du, endlich, ich fühle mich als wäre ich durch eine Wand gekommen. Mach dich bereit. Ich werde dich fair bekämpfen und ich werde dich schlagen. Ich glaube jetzt fängt es alles richtig an. Wow. Also bis jetzt warst du aber deutlich gefährlicher als du noch Hilfe von Chou sottest. Habe ich nicht gewonnen? Ich habe mich nicht gewonnen. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Oh! Ich finde die Kraft, dass ich nach home wieder die welchen域 geschen poihey, aber ich glaube, es geht nicht mehr meiner lauteENation zu collectivieren. Spann zelfs gar Bobby Zubik? Ich habe den Weg aus ihnen der langen vom Oho-Boom. Ich werde nicht mehr senza Оitudes kommen zum Spiel. Das war's für heute. Die Welt ist ein von der Oh, das Ich bin der Ich bin der Dann wir wieder Dann werden wir uns in drei Jahren wiedersehen. Tschüss! Aber es war wirklich gut. Keine Ahnung. Es ist ein Keiner. Wir brauchen wirklich viel Geld. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld ist. Aber es gibt ein Geld für dich. Ich habe das Glück gewonnen. Ich hatte es leider nicht zufrieden. Das ist eine Art Art. Ich habe auch viel gelernt. Das ist so. Aber ich... Oh! Ich bin. Ich habe einen Dragons-Bord an. Ich habe noch nicht vergessen, dass ich es nicht so vergessen habe. Nein, ich werde es hier. Sorry, danke. In dem Sinne, ich will, was ich machen? Das ist das, was ich? Das ist das. Krillin! 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 Was ist das? Krillin! ignorierend sind da durst. War tapi steht da nicht souct. B könnte es kein Problem gibt. Oh, wir sind neu, Was. Was? Hangball-Clown. Und wieso hat der Schalionssprecher der Ansager von einem Dämon gesprochen? Ich habe das Gefühl, wir werden es bald herausfinden. Und zwar in der Stufe 9 der Dämonenkönig schlägt zu. Vier Stages? Okay. Wir schauen, was auf uns zukommt. Beim nächsten Mal, Leute. Ciao.